Es geht heute um die Trophäe Milchshake. Nutze Flipendo zehnmal, um eine Kuh oder mehrere umzuwerfen. Das probieren wir jetzt schnell einmal. Wir befinden uns da beim Merlin's Rätseln. Das ist schon bei der zweiten Etappe von der Karte. Direkt am Anfang noch ein Eingang. Und das machen wir jetzt. Jetzt brauchen wir einen Flipendo-Zauber. Zehnmal müssen wir die jetzt. Und dann. So, wir haben jetzt hier. Milchshake, da ist die Trophäe. Wir haben es.